Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und Sangyong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin heute mit Martin Dausch, unserer Nummer 7. Grüß dich Martin, hi. Hi, grüß dich. Ja, anstrengende Tage vor euch. Das Relegationsspiel steht an, das Finale im Saarland-Pokal steht an. Wie ist denn die Stimmung in so einer Mannschaft? Ja, schon ein bisschen angespannt, aber ich glaube, es freut sich jetzt jeder. Wir haben ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, dass wir das erreichen, dass wir das Finale spielen dürfen, dass wir jetzt da gegen 60 spielen dürfen. Darum freut sich jeder extrem darüber, dass es endlich losgeht. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Immer diese Relegationsspiele zeitgleich mit dem Saarland-Pokal eigentlich. Sollte man da mal was dran ändern? Wie siehst du das? Also es ist ja schon das Saarland-Pokalfinale am 21. Dann gehst du drei Tage später in der Relegation. Die brauchst du ja eigentlich schon mal mindestens für zu regenerieren. Ja, das Thema kam ja schon. Da hat der Trainer auch schon ganz viel gesagt. Ja, also insgesamt kann ich das Ganze auch nicht nachvollziehen. Das betrifft ja jetzt nicht nur uns. Wenn man zwei Reut anguckt, zum Beispiel in Bayern, die müssen das Finale spielen und müssen dann noch die Relegation gegen den Abstieg spielen. Ja, ich kann das Ganze nicht ganz nachvollziehen. Verstehe nicht, warum das da der Verband mitmacht, warum das die Verbände mitmachen, warum der DFB unbedingt diesen Tag der Amateure so haben möchte. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Minuten wir kriegen dann am Montag, um das dann auch zu rechtfertigen können, dass wir an dem Tag spielen müssen. Ja, es ist ja auch so, man müsste sich ja als Verband mal überlegen, damit steigt ja auch die Verletzungsgefahr der Spieler und die will ich ja eigentlich schützen. Oder die sollte ich als Verband schützen. Ja, nicht nur die Verletzungsgefahr. Ich glaube, es ist schon auch für jeden Verein wichtig, einfach DPK spielen zu dürfen überhaupt. Alleine wegen der Kohle mal, ne? Ja, das sind Gelder, wo man einfach einplanen kann dann für die neue Saison, wo man dann einfach eine vernünftige Mannschaft damit aufbauen kann. Für die Fans ist es ein Highlight, dort spielen zu können. Ja, ich glaube, da macht es sich der DFB einfach ein bisschen zu einfach und guckt einfach nicht auf den kleinen Verein. Ja, und wir reden gleich weiter mit Martin im FCS Magazin Teil 2. Das FCS Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert. Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und Sangyong im Saarland. Ja, und wir sind zurück mit Martin, unserer Nummer 7 im FCS Magazin Teil 2. Ja, kommen wir mal auf den Saarland-Pokal zu sprechen. Das Finale wird ja dann doch noch witzig und auch noch schwer werden. Was denkst du, spielt er mit voller Besetzung? Eigentlich sagst du, ja, wir wollen natürlich einen DFB-Pokal. Man braucht das Geld, das Geld tut einem gut, für die nächste Runde zu planen. Andererseits, ja, vielleicht ist man relativ schnell durch mit einem sicheren 3-0 oder so. Und kann dann nochmal sagen, okay, ich kann einen oder anderen dann doch mal rausnehmen und nochmal schonen. Ja, wie es genau ablaufen wird, weiß ich noch nicht, was der Trainer vorhat. Aber ich glaube schon, dass wir nicht mit voller Kapelle spielen. Das ist einfach, der Aufstieg ist einfach viel zu wichtig. Und ich glaube, man hat das letztes Jahr bei Elversberg gesehen, dass das so nicht funktionieren kann mit einer geteilten A11 und einer geteilten B11. Ich glaube, dass das schon in die Richtung gehen wird, dass viele spielen werden, die bisher nicht so oft gespielt haben. Ja, und vor allem, ihr habt ja auch einen großen Kader, da kann der eine oder andere auch noch kicken, der da drin ist. Es ist ja nicht wirklich so, dass man jetzt mit der B11 dann auflaufen muss. Eben, wir haben ja das ganze Jahr über gesagt, dass wir einen sehr starken Kader haben und das ist ja in der Tat auch so. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe stellen am Montag. Und dass wir uns sehr, sehr teuer verkaufen werden und dass die Elversberger sich schon sehr strecken müssen. Du bist jetzt seit einem Jahr im Team, hast dich gut eingelebt. Ja, auf jeden Fall. Meine Familie und ich befüllen uns sehr wohl hier im Saarland. Sind sehr gut aufgenommen worden und ja, macht sehr viel Spaß beim FC Saarbrücken. Wer ist dein bester Freund in der Mannschaft? Kannst du das so sagen? Oder mit wem hängst du so ab? Ich mache ganz viel mit Tobi Jannicke. Ja? Ich mache viel mit Holzi oder auch Kevin Behrens oder mit Marlon, der hat ja leider nicht mehr da ist. Der gerade auf Reha ist zu Hause. Ja, aber ich verstehe mich eigentlich mit allen sehr gut. Ich bin ja eh ein offener Typ und ja. Ja, wir reden gleich weiter mit Martin im FCS Magazin Teil 3. Das FCS Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und Sangyong im Saarland. Ja, und wir sind zurück beim FCS Magazin Teil 3. Heute mit Martin mit unserer Nummer 7. Ja, du hast noch Vertrag bis Mitte 2019. Hast du schon an eine Verlängerung gedacht? Kam der Verein schon auf dich zu? Oder wann regelt man sowas? Nee, das ist jetzt noch gar nicht wichtig. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber grundsätzlich bin ich nichts abgeneigt. Wie schon gesagt, uns gefällt es sehr, sehr gut. Hier im Saarland haben wir in Tholein ein sehr, sehr schönes Haus gefunden. Den Kindern gefällt es gut dort im Kindergarten. Also, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, hier meine Karriere zu beenden und im FCS erhalten zu bleiben. Bin jetzt schon bei der U13 ein bisschen dabei als Trainer, die übrigens am Mittwoch das Pokalfinale spielt. Kannst du noch ein bisschen Werbung machen? Wann kann man da hinkommen? Wo wird gespielt? Ja, die spielen am, diesen Mittwoch um 18.30 Uhr in Namborn. Und ja, ich war schon ein paar Mal mit dabei. Es ist eine sehr, sehr gute Truppe, dass die U13 sind. Und ja, mal gucken, was geht. Also ich hoffe doch, dass wir den Saarland-Pokal nach Hause holen. Ja, also du gehst dann schon Richtung, oder planst mal Richtung Trainer auch zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt 32. Ich hoffe, dass ich noch zwei, drei Jahre noch spielen kann. Ich war schon das Jahr das eine oder andere Mal verletzt. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen genug war jetzt und dass ich ab nächster Saison dann mal ein Jahr durchspielen kann. Aber trotzdem muss man sich ja schon Gedanken machen, wie es nach der Karriere dann weitergehen kann. Und ja, und da könnte ich mir sowas sehr gut vorstellen. Ja, du hast ja eine sehr gute Saison gespielt schon. Ist es dann auch so, dass Vereine noch auf einen zukommen, auch wenn man schon 32 ist? Ach, ja, das macht ja eh alles mein Berater für mich. Da habe ich bisher noch nie so mir Gedanken gemacht über andere Vereine. Wenn ich bei einem Verein spiele, dann bringe ich da 100 Prozent und haue mich rein für den Verein. Und also ich glaube nicht, dass ich mir da großartige Gedanken drüber machen muss. Also ich hoffe einfach, dass wir aufsteigen, dass wir nächstes Jahr dritte Liga hier spielen in Saarbrücken. Nicht nur für mich, sondern auch einfach für den Verein. Weil ich einfach glaube, dass der Verein das verdient hat, dass das Umfeld sich das verdient hat. Und dass das schon auch sehr, sehr wichtig ist für die Stadt. Ja, und wir reden gleich weiter mit Martin im letzten und vierten Teil beim FCS Magazin. Das FCS Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und Sangyong im Saarland. Ja, und wir sind zurück beim FCS Magazin mit Martin Dausch, unserer Nummer sieben im vierten und letzten Teil. Ja, ihr seid ja Meister geworden offiziell. Hat man das schon ein bisschen gefeiert? Oder wartet man noch mal mit, bis die Relegation rum ist? Oder war das ein oder andere Bier doch dann geflossen? Auch verdientermaßen. Ja, das ein oder andere Bier ist schon geflossen, aber so richtige Feierstimmung kam nicht auf, was ja auch, denke ich, normal ist. Die Anspannung ist schon groß. Im Endeffekt kann man sich durch diesen Meistertitel nichts kaufen. Das sind einfach die Spiele, die jetzt kommen, viel zu wichtig, als dass man sich da großartig aufs Feiern beschränkt. Oder ja, im Endeffekt hat Elversberg letztes Jahr auch den Meister geholt und war im Pokalfinale und am Ende hatten sie gar nichts. Das ist ja Gott sei Dank das letzte Jahr so jetzt, so chaotisch. Genau. Davon gehe ich dieses Jahr nicht aus. Ich glaube, dass wir eine bessere Mannschaft haben als die Elversberger letztes Jahr. Und dass wir dieses Jahr definitiv das Ganze positiv gestalten werden. Ja, was macht Martin Dausch nach den Relegationsspielen? Erstmal feiern. Geht es dann auf Mannschaftsfahrt, wenn alles gut geht? Dann werden wir gemeinsam nach Mallorca fliegen und werden da das Ganze ordentlich begießen. Ja, und anschließend ist dann schon Familienurlaub geplant, werden zwei Wochen, eine Woche am Gardasee sein und eine Woche an der Adria-Küste und da ein bisschen die Seele baumeln lassen. Tja, dann sage ich mal vielen Dank für deinen Besuch im Studio, wünsche viel Glück für das Salon-Pokalspiel und natürlich noch mehr Glück, was mir im Liga im Herzen liegt, der Aufstieg in die dritte Liga. Und es wird schon alles irgendwie schief gehen. Vielen Dank für deinen Besuch, Martin. Dankeschön. Ich möchte mich auch noch ganz kurz an unsere Fans vom FCS richten. Ich freue mich schon auf die nächsten drei Spiele, freue mich auf eure Unterstützung. Kommt alle zahlreich, unterstützt uns, schreit so laut ihr könnt und peitscht uns nach vorne. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das FCS Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland.